Unser Hotter hier mit dem Eis wie 4,5, das geht jetzt natürlich rum. Das habt ihr verkackt. Wir haben es nämlich jetzt lackieren lassen. In einem guter schönen Rot. Und jetzt ist das Motorrad natürlich wesentlich wertvoller. So, wir sind jetzt fertig mit dem Zusammenschrauben. So sieht es aus. Es war ja mal ein Schnäppchen für 4,5 Tausend Euro, aber das ist rum. Gut, jetzt gefällt sie mir. Gut. 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 Sie ist immer noch zu verkaufen, weil ich habe selber zu viel, es wird jetzt alles ein wenig viel. Aber nehmen wir, wie ich es immer gesagt habe, zu dem Preis, wir haben jetzt hier nochmal reingesteckt, 5,5, alles klar, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.